willkommen zu einer neuen runde wollen wir mal alter wie du die weg meist so eine schutzflinte ja ich wollte endlich mal was haben was ein bisschen mehr dampf hatte das gibt mir echt auch ein pinsel wenn ich da das torf gemacht was du das ist hier kann man ja dann oder ist wieder so mega fettes vieh ja dann muss man ja nicht unbedingt oder doch muss man ja ich wollte mal ich habe meine brandbombe ich werde die mal ach nee warte brauche ich gar nicht hier ist ja was schönes ich habe auch eine dynamit stange hier von dem du hast dich selbst getötet auch gut wie hast du das denn geschaut ich weiß ich habe gehalten und gehalten und wollte dann ja das ist auf einmal rot geworden anstatt weiß und dann auch geil gerade du kannst mir noch aufhelfen aber ja ich mache das ist nur den da beschäftigen hatte ich brutzel da so vor mich herum nicht übel auf so der ist hinüber ok es ist aber wir beantragen ohne gegner zu spielen wir töten uns ja ja wir sterben auch ist ja schon wieder saaten mutter unterwegs hinter der herren aber wussten die saaten mutter irgendwo rum oder ich weiß nicht das ding hat sie dich erwischt oder was ja ich habe irgendwo ja ich sehe sie so ich habe sie erledigt aber super so jetzt machen wir das rätsel lösen jetzt auf jeden fall munition die zahlung noch heilung ist auch gut ich glaube nach oben ging es wieder hier ist munition das gut scheiße hier sind die hunde oh gott und wer schießt auf mich recht ja ja ich bin tot mit einer armen brust weißt du von wo und hinter mir muss ja gewesen sein also so in die richtung da was hast du denn für eine knarre ja die ist ganz gar nicht schlecht ich sehe ihn da ist er so ich gehe mal und bin mal offensiv aha alter mit einem schuss oder was ja du hattest ja nur noch einen balken oh man ey siehst du die runde ist kurz so kommen